Moin Moin liebe Freunde der Simmonitenlandwitcher. Mein Name ist Chris und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal in der Modbox einen Pazos Hexler Pack vor, so nennt der Modder selbst das. Der Modder Amodding sagt in seiner eigenen Modbeschreibung, dass dieser Mod sowohl für PC als auch für Mac, aber auch für unsere Freunde der Konsole, sprich für die PS4 und die Xbox One zur Verfügung steht. Also einfach mal bei euch im Mod-Ordner gucken, im Mod-Hub gucken müsst ihr dort finden. Was bringt das Pack mit sich? Es bringt einmal einen New Holland Autonomie, den wir auch schon aus dem Standardspiel kennen. Dieser ist leicht modifizierbar, sei es Motor, Leistung, Bereifung, sonst würde ich behaupten nahezu gleich. Einen Aufbau oder einen Unterbau vielmehr und einen Anhänger. Den Hänger kann man einmal nur für dieses Mod Pack nutzen oder als normalen Transport Anhänger. Was macht dieser Mod Pack? Der New Holland Träscher kann eins machen, der kann dieses Gerät hinten unter seiner Strohauplage quasi mondlos ankuppeln und direkt das Stroh, was ihr am Feld erntet, in diesem Hänger ablassen. Das heißt, ihr spart euch quasi einen Arbeitsschritt. Finde ich persönlich eine coole Sache. Im Shop gibt es mehrere Positionen. Einmal natürlich unter dem Mailträscher. Ganz, ganz hinten findet ihr den für 100.000 den New Holland. Ihr seht, die Farbenkonfession ist in gewisser Weise möglich. Nicht alle Farben, aber halt einige. Genauso wie die Felgen. Es ist halt bedingt Farbauswahl. Dann gibt es einmal die Motorausführung mit 160 PS, 180, 230. Das ist das Maximale. Reifung Standard. Oder Zwillingsbereifung Form. Das sind die Möglichkeiten, die es mit sich bringt. Schneidwerk müsst ihr das Standard Schneidwerk nehmen aus dem LS. Also das ist ja grundsätzlich drin. Das ist das New Holland TX-32 Header. Könnt ihr nutzen. Ich glaube größere gehen glaube ich nicht. Müsst ihr versuchen. Ich habe es absichtlich jetzt mit dem Standard, damit es auch gleich beim Testen nicht plötzlich anfängt, dass er mit 1 kmh hochölt. Dann müsst ihr noch natürlich unter Anhänger gucken. Dort finden wir ganz hinten dann den passenden Anhänger zu dem Pack. Kostet 10.000 Anschaffungen. Farbwahl ist hier begrenzt auf fünf Farben und die Felgenfarbe ist in nahezu alle LL-Standardfarben konfigurierbar. Das ist jetzt extra der Aufsatz für den Patots. Mit diesem Einladestutzen für Stroh. Ihr könnt ihn aber auch als andere Zwecke nutzen. Ganz normal. Dann hat er noch 10.750 Liter und kostet 12.000 Rauern in Anschaffung. Und die Bereifung ist von Lizard oder Driller. Dann gibt es halt noch Breitreifen oder Standard. Und der Michelin gibt es auch noch. Das sind so die Möglichkeiten. Reifen. Und den Aufsatz finden wir da ganz hinten bei Diverses. Das ist dieser Patzlos Shopper. Da gibt es keine Konfigurationsmöglichreifen. Kostet 3000 Anschaffungen oder 153 Miesing. Wie man es halt braucht. So. So. Dann schlagen wir mal ein das gute Gerät. Koppeln erstmal das Schneidwerk an. Wie gehabt. Fahren hier so rückwärts runter. Dann erkennt er das. Zack. Attached. Jetzt noch den Hänger anhängen. Ihr seht auch schon das Rohr. Ich kann es nochmal einfahren. So ist es in eingefahrener Zustand. Und so ist es halt ausgegangen. Das heißt, wir haben Hexer. Er erkennt den Hänger und wirft dann da rein. Es kann hier auch sein, dass er auch einen anderen Hänger erkennt. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Kann aber durchaus möglich sein. Dann hopp ich, dass er zum Feld hinkommt. Ja. Perfekt. So. Dann. Wie würde ich sagen. Senken das Ganze. Jetzt mache ich das Interesse an. Rohablage. Ist an. Und jetzt müsst ihr eigentlich rein theoretisch vorne in den normalen Tank. Genau. Seht ihr. In den normalen Tank kommt der, ähm, äh, das Korn. Und hinten seht ihr halt auch, wie ihr quasi Stroh rein geht. Hier unten die beiden Anzeigen. Sprich, ihr habt jetzt gleich 2000er Stroh drin. Und, ja, 600 Liter Weizen. Und ihr seht, ihr spart euch quasi einen Arbeitsgang. Sehr, sehr, sehr viel vom Standardmodell, muss man sagen. Ne. Also, es ist jetzt nicht besonders. Auf der Hänger hat jetzt keine Besonderheiten. Ne. Wir können ja mal gucken. Licht hat er auch. Ne. Äh, Blinker funktionieren auch. Machen wir mal kurz die Wände. Ihr seht auch, auch die Wände ist gut möglich, trotz diesen Hängheiten dran. Ich weiß es. Vielleicht nicht. So, wir machen es einfach mal. Ne. Rundumleuchte funktioniert auch. Innen drin, ihr seht, Lenkplatz animiert. Pedale sind animiert. Ne. Von außen, Fahrer ist auch animiert. Aber das passt so weit, würde ich sagen. Ich finde, es ist ein eigentlich recht cool gelungener Mod. Der einen ein bisschen Zeit erspart. Natürlich, klar, es verschneit, wirklich das Größte. Ihr könnt immer versuchen, ein Größtes dran zu hängen. Mag durchaus funktionieren, weil er auch so mehr Leistung hat, die Drescher. Aber im Grunde seht ihr genau, worauf es hinauskommt. Ihr spart euch quasi einen Arbeitsschritt. Seht ihr hier, jetzt habe ich es ausgemacht. Dann überlehrt er auch nicht mehr. Ja. Gut. Mehr gibt es zu diesem Mod eigentlich gar nicht zu sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen hat, lasst es euch gerne dann nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es nutzt, wie ihr es findet. Oder wenn ihr es testet für mich, ob da auch größere Schneidwerke dringend ist, dass das auch verträgt, sprich auch die Leistung mit sich bringt. Dann schreibt es euch in die Kommentare. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich verabschwinde von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.